So, ich bin zurück. Jetzt noch ein Kommentar. Kein einziger. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen über den Renteneintritt. Hat gesagt, was du gehst jetzt schon in Rente. Kein einziger mit 64. Das hat keiner gesagt. Also hier, wie manche fordern, die selber überhaupt sehr viel Vermögen und Einkommen haben, die gar nicht praktisch richtig arbeiten müssen für Geld. So, die wollen, dass wir bis zum Lebensende arbeiten. Das gibt es tatsächlich. Solche politischen Kreise, die werden ja auch gewählt. Aber ich bin anderer Meinung. Es gibt auch mal was anderes im Leben. Nicht nur immer das Gleiche. Ich habe ja beim gleichen Arbeitgeber 33 Jahre lang fast immer das Gleiche gemacht. Oder fast das Gleiche oder Ähnliches. Das ist natürlich schon zermürbend. Und insofern freue ich mich auf die Rente. Das ist ja mal nicht schlecht. Und jetzt muss noch der Rentenbescheid kommen. Dann passt es. Passt ja eh. Heißt ja. Passt ja eh. Also, das war es jetzt aber wirklich. Und ansonsten dann morgen Abend wieder nach dem langen Arbeitstag. Ich habe einen Fehler gemacht. 13 Stunden wollte ich sagen auf dem einen Video. Ich habe 13 Tage gesagt vor lauter Aufregung. – allemaal – – Untertitelung des ZDF, 2020